Was zum Teufel ist das? Nein, auf deinem Abendessen kann es nicht bleiben. Es kann hier überhaupt nicht bleiben. Weil hier, hier ist gar kein Platz für so ein Menschenkind. Vielleicht ist es ein besonderes Kind. Und mittendrin, da machte sich auch der Josef aus Galiläa auf den Weg mit seiner Frau von Gilles Mechthild. Schaff es weg. Ja, wohin denn? Ach, raus aus dem Stall. Kannst reinkommen, es ist weg. Warum solltest du Herodes auf ein Kind abgesehen? Weil es doch Jesus, der König der Juden ist. Wenn die Eltern nicht weit hier bei uns im Stall aufkreuzen, dann erhalten wir es. Schick, schack, schuck. Schäle, schneide Papier. Du hast geworgen. Ja. Wie immer. Du bist die Mutter. Ob es sich seine Eltern anders vorgestellt hat? Ja. Schick, 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 schick. Auch wenn du hörst, wirst du mir fliegen. Jetzt schläft das Kind. Jetzt schläft das Kind. Ich sag, it's all right. Ich sag, es ist ein Kind. Jetzt schläft das Kind. Ich sag, es ist ein Kind. Vielen Dank.